DFB-Weltmeister sicher, Leroy Sané der Schlüssel gegen Spanien. Deutschland steht nebst der Heim-EM vor der schwersten Aufgabe. Im Runde der letzten acht geht es an dem Freitagabend gegen Spanien. Heißt der Schlüssel Leroy Sané? Herzogen Aurach, die großen Sensationen sind nebst der EM in Deutschland bisher vor diesem Zeitpunkt Mangelware. Im Runde der letzten 16 haben sich bislang eben diese Favoriten durchgesetzt, sobald man dasjenige Waffengang in etwa auf Augenhöhe zusammen mit Italien und der Schweiz ausklammert. Wirklich linientreu haben schon in dem Turnierverlauf schon wenige Nationen. Dass Deutschland und Spanien allerdings in dem Runde der letzten acht aufeinandertreffen, ist daher auf gewisse Weise ärgerlich. Für viele Experten wäre dasjenige Waffengang ein eher wie würdiges Finale gewesen, gemeinhin lautet eben diese Erwartung. Dass der strahlende Sieger in Stuttgart an dem Freitag selbst der Top-Favorit auf den Titelgewinn an dem 14. Juli in Berlin der Didas Seiniche wird. Für dasjenige DFB-Team werden eben diese Ibera belegt, eben diese Königsdisziplin der bisherigen Heim-EM der Didas Seiniche, selbiges gilt aber selbst in dem Umkehrschluss. Olaf Thun sieht den Gastgeber keinesfalls chancenlos. Olaf Thun sieht Spanien nebst Kontern anfällig wer Europameisterschafts-Sieger werden will, muss eben diese Spanier schlagen. Schreibt der Gewinner der Weltmeisterschaft von 1990 in eine Kolumne für web.de Unsere Mannschaft muss mit dem Verdichtung der quirligen Außenstürmer zurechtkommen, und mit dem aggressiven Pressing des Gegners. Wenn welches gelinge, werden sich, ist Tonlinien treu, immer schon von neuem Gelegenheiten für Gegenangriffsschlag an andienen. So hoch, denn eben diese Spanier verteidigen, andern dienen sich dem Gegner riesige Räume, betont der ehemalige Profi von Schalke 04 und des FC Bayern. Beim 4 zu 1 in dem Runde der letzten 16 gegen Georgien war sie Erfassung zu machen, der Underdog überbrückte immer schon von neuem mit Direktspiel große Räume und brachte eben diese eher überdominante spanische Mannschaft nicht schon bei dem Eigentor von Robin Lenormand in Gefahr. Beginnt Leroy Sané? Er wäre eine Waffe gegen Angriffsschlag sind bislang noch nicht eben diese Besonderheit des DFB-Teams, Ton erkennt aber Potenzial. Wenn wir mit ihm gegen Spanien beginnen könnten, zu dieser Gelegenheit wäre er eine Waffe. Dafür ist Leroy Sané der richtige Mann. Nicht umsonst hat er gegen Dänemark gespielt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte mit der Aufstellung von Sané anstelle von Florian Wirtz in dem Runde der letzten 16 überrascht. Obwohl Sané seinen Startelf-Einsatz schon verkürzt rechtfertigen konnte, würde Thun den Star des FC Bayern selbst gegen Spanien aufbieten. In der Gruppenphase hat uns extra eben diese Außensee absolute Flinkheit gefehlt. Bislang ist er höchstens nebst 70%. Deswegen ist es wichtig, dass Sané zu seiner Bestform findet. Da ist noch viel Luft hinter oben.